YouTube Star geht ins Fernsehen. Hallo, ich bin Jense Christ und das sind deine Tube News. Mirko, alias MrWissen2Go, kommt ins Fernsehen. Der MDR produziert zusammen mit Mirko eine neue Reihe. Und die nennt sich Zeitreise2Go. Und vielleicht bemerkst du es ja selber, dass der Name ein bisschen so ähnlich klingt wie MrWissen2Go. Das hat natürlich auch seinen Grund. Denn so wie es aussieht, gab es beim MDR jemanden, der ein bisschen nachgedacht hat und gesehen hat, dass Mirko ziemlich viele Jugendliche erreicht. Und er hat sich dann überlegt, vielleicht könnten wir das ja nutzen und so für Jugendliche Inhalte produzieren. Was gar nicht mal so verkehrt ist, denn die öffentlichen Rechtlichen gelten ja als Fernsehen für Ältere. Und jetzt produziert Mirko zusammen mit den MDR eine neue Reihe, Zeitreise2Go, die sich mit der DDR beschäftigt. Sie läuft in Internet und in Fernsehen, wobei ich glaube, dass es in Internet ein bisschen mehr zu sehen gibt. Dass Internetstars ins Fernsehen gehen, hat es immer schon gegeben. Und das hat den Grund, dass man mit Internet jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld verdient. Es gibt einige wenige, die verdienen damit viel Geld und die können davon leben. Aber es sind die wenigsten. Und deswegen hat sich Mirko auch entschieden, nicht hauptberuflich YouTube zu machen. Aber durch den MDR kann es jetzt sein, dass er vielleicht in die Richtung hauptberuflich YouTube zu machen geht, wenn auch produzieren für den MDR. Übrigens, das Konzept, dass Internetinhalte von Fernsehen produziert wird, ist nicht neu. Und es gibt tatsächlich eine Sendung, die schon lange existiert. Das ist der elektrische Reporter. Auch dieser wird fürs Internet produziert, aber ist dann auch ins Fernsehen gekommen, und zwar zu ZDF Info. Das ist eine Sendung, die halt über Computer und Internet informiert. Und vermutlich hätte es diese Sendung nicht gegeben, wenn ich das Handelsblatt diese Sendung produziert hätte und jetzt die Sendung durch das ZDF produziert wird. Eine der ersten Sendungen, die es überhaupt gab, die im Bereich Internet Nachrichtenbeiträge produziert hat, war Ehrensenf. Das ist ein Anagramm aus Fernsehen. Ehrensenf hat mittlerweile die Produktion eingestellt, was ich persönlich ein bisschen schade finde, denn ich habe es regelmäßig geguckt, allerdings zum Schluss nicht mehr so regelmäßig, weil ich da nicht die Zeit dafür hatte. Aber trotzdem war es ein gutes Format. Und die erste Moderatorin von Ehrensenf, die ist dir vielleicht sogar bekannt, weil das ist Katharina Bauerfeind. Sie hat in Internet angefangen und ist so ins Fernsehen gekommen. Übrigens, Mr. Trashpack hat in seinem letzten Beitrag das Thema YouTuber und Fernsehen aufgegriffen und da ein bisschen seine Gedanken dazu erzählt. Ihr könnt ja mal reinschauen. Schreibt doch mal die Kommentare, wie ihr das findet, dass die YouTuber ins Fernsehen kommen. Und natürlich werdet ihr auch unten in der Beschreibung weitere Informationen zu dem Thema finden. Könnt vielleicht die eine oder andere Sendung nachschauen, anschauen. Und zum Schluss wünsche ich euch natürlich noch Gottes Segen.